Was war? Ab der Capri macht? Es ist abgeschützt. Jaja, Robotex war das hier gewesen. Ist er tot? Ja, ist gekickt worden. Jo, ihn hört nicht. Messi? Ja, ja. Flieg los, lass es nicht und der gehört nicht zu uns. Wer ist denn der mit der CCO, oder? Der gehört nicht zu uns. Ja klar, das bin ich doch, ist bekloppt, was ist mit dir? Wie? Achso, du bist ausgestiegen. Ich dachte du wolltest immer noch in dem Wälder sitzen, du sitzt Messi da. Ist Messi jetzt drin oder nicht? Ja, ja. Ja, dann flieg ich los. Hörst du mich nicht? WTF? Du bist leise gerade. Okay. Nein. Nein, für mich zumindest, weil ich habe ja Außenansicht von Hubschrauber und das ist extrem laut, kennst ja selber. Zaun runter, André. Ja, bin ich gerade dabei. Ja, bin ich gerade dabei. Was macht denn einmal dieser Kreis um mein Fadenkreuz und einmal nicht? So. So. So Messi, du brauchst Equipment, ne? Nur irgendwas. Wo würde er denn gehen? Südbaracken. Wir waren schon an den Baracken. Geradeaus, Baracken. Ja, geradeaus. Weil, ja wir waren da, aber da war noch kein Polar's bauen, weißt du? Ach nicht? Du bist auf dem Berg oben links da. Deswegen war da nur Scheiße in der Baracken. Ach so, ja stimmt, dass ich auch noch welche. Rechts jetzt. Geradeaus einfach. Geht's hier gerade zu oben? Schaut mal, ob ihr Starnak-Estemonien findet oder so. Ich glaube ich habe Starnak eingepackt, aber ich glaube die brauche ich selber. Weiter, weiter, geradeaus. Starnak-Estem. Ach, Starnak-Estem. Wir wollen nur in die Militarys oder was? Ja. Wir wollen nur in die Militarys. Links, 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 links. Braucht jemand Blut oder so? Essen, trinken? Genau hier. Alles klar, oder? Schnell drehen. Schnell drehen, das ist gut. Wenn man die Maus immer zerrt, muss der drehen. Da ist hier jemand gecrashed bei den Baracken hinten. Ja, das war ein bisschen falsch. Er hat noch die ganze Tanke mitgenommen. Das hat richtig geknallt. Mhm. Bei Weapon Put. With Weapon Put. Achtung, Schüsse. Ja, wer schießt nach uns? Hinter uns auf der Straße unten, im G. Ja, der kann uns nicht kaputt machen. Achso. Ja, bei wir können ihn kaputt machen. Ja dann. Dann macht's mal. Oh, Wolle, was machst du denn da? Wolle? Watt denn? Du hängst im Baum, Wolle? Geh mal runter, ich muss raus. Nein, ich häng nicht im Baum. Doch, du hängst gerade im Baum, deswegen sind die Instrumente jetzt rot. Also bei mir habe ich nicht im Baum, wir haben kein Stück. Wer schießt denn hier ein? Aus dem Haus. Drittes Fenster. Welches? Große Haus, drittes Fenster. Welches? Das rechts neben uns, oder? Das Große. Das ist die Blechhütte. Der Heli ist wieder heile? Ja. Da. Mein Gang. An der Tür. Warte, ich bin hier bei der Baracke, ne? Ja, ja. Hinterm Haus ist er, Mensch. Ja, ach komm. Hat keiner von euch ne Waffe? Ich hab keine Waffe. Ich hab ne Waffe. Aber glaubst du, steigt der jetzt aus? Ich geh raus, ich hole den. So, hinter der Baracke ist er? Hinter dem großen Haus ist er. Das Militär, äh, dieses Ministry Lord. Ich geh noch mal in den Sitz rein. Komm her, komm her, komm her, komm her. Ah, ich hab mir sehen. Der liegt bei Thomas, komm her an die, nee, Baracke. Ja, ich bin an der Baracke und gucke hinter die Baracke. Guck doch mal in der Karte. Ich habe gesagt, Messi, komm hier an die Baracke, schrei mich nicht an. Sei doch gar nicht. Komm her, komm her, komm her. Hier, andere Baracke, rechts. Angeschossen. Was ist er? Der ist immer noch hinter der Baracke, wo ich hocke. Am Ende, am anderen Ende. Hast du ne Waffe drin oder was? Zwischen der Blechhütte und der Baracke. Nimm sie dir, nimm sie dir, es liegt da. Alter, was liegt denn hier? Ich hab ihn angeschossen. Alter! Was denn? M4. Unwichtig, der Typ ist wichtiger. Der ist hinter meiner Baracke, zwischen der Blechhütte und meiner Baracke. Ich hab ihn einmal angeschossen. Gocke immer noch hier und warte irgendwie, dass da von der anderen Seite mal hier noch guckt. Ne, hier steht ein Jeep hinter dem großen Industrial. Ich komm um die Baracke rum. Ich seh den Jeep. Ich glaub der ist oben drin, ich steh vor dem einen Haus, vorm Haus steh ich. Wow, er schießt auf mich, er schießt auf mich. Hat nicht getroffen. Der sitzt im Jeep, ne? Ich seh es nicht, ob er im Jeep sitzt. Ich hab nur Schüsse gehört und bin wieder ums Haus gelaufen. Also ich bin an der Tür und guck durch die Blechhütte durch. Dann ist der oben drin, sitzt oben drin. Er konnte auf jeden Fall auf mich schießen, ich stand hinter der rechten Baracke. Ich hab auf jeden Fall Stunachmonie eingepackt. Der sitzt nicht im Jeep. Ich wiederhole, er sitzt nicht im Jeep. Im Industrial ist er auch nicht. Und hier beim Jeep ist er auch nicht. Kann das sein, dass er vielleicht oben drinnen liegt? Ah, ich dachte grad, dass ich bist du. Das bin ich gewesen. Muss mal, er ist aufs Blech geschossen, das ist da oben in dieser Klin. Ich bin, ich bin das neben der Messi, nicht schießen. Der ist hier nicht. Der Blechhütte sind nur, sind nur... Hab ihn, hab ihn, warte. Wo ist er? Ach, am Auto gewesen. Nein, ich bin das. Nein, ich bin am Auto gewesen. Wer ist hier? Da liegt am Auto? Liegt oben. Oben drauf liegt er am Türeingang. Ist er tot? Keine Ahnung. Ich glaub er ist tot. Guck mal nach. Finde ich nicht. Ja, ist tot. Ja, wo hast du ihn geholt, hä? Ne, das warst du gewesen. Icke? Echt? Cool. Du blutest wolle. Du blutest. Oh ja. Bleib stehen, bleib stehen. Ja, ich verbinde mich schon, dann mach du mir. Ich hab alles dabei. Vorsicht. Achso, das heißt, du hast grad noch Mitter schiessen. Hm. Sag bitte, nimm mir sein, wenn du noch Mitter schießt. So, dann lootet mal die Leiche von Tapos. Ich hab ähm... Oh, WP Coyote M240, der hat der alles, der Typ. Tapos, seine Leiche liegt hinterm... hinter diesem... hinter dieser Hütte hier. Alter, hier ist ein 136 Launcher drin, was ist nid? Hier ist ein Rocket Launcher. Ich nehm die CCOSD. Der hat alles. IMA, M4A3, CCO. Was hat sie noch im Rucksack? Bloodpacks sind noch drin, äh... Ich nehm die Bloodpacks hier mit. Ich hab genug Bloodpacks, lass die, lass die liegen. Ich hab mehr, ich hab 8 oder 9 Bloodpacks dabei. Jaja, ich steck mir trotzdem immer. Mindestens einmal für mich selber ein. Geht noch ein Reifen im Rucksack, brauchen wir ein Reifen? Äh, hier sind noch 3 Thundergrounds. Falls wir brauchen. Ich hab, ähm, genug Moni. Die M4 hast du auch gegriffen? Ich hab die CCO von Tapos. Ich hab ein Coyote. Hier, du hast ein Coyote, ne? Äh... Ich hab ein Coyote. Ja. Komm mal her, Messi. Wo bist du? Komm her. Ich hab ne M4, 1911, die hat mehr Munition. Prost. Danke. Bitte? Willst du deine Waffe wieder haben? Ist im Rucksack? Nein, ne? Ja, die du mir gegeben hast. Ne, ne, ich hab die CCO von Links... von Tapos. Ach der Typ, der hat hier alles immer dauernd leer geräumt, oder was? Jaja, was meinst du, warum ich eben gesagt hab, was ist das denn hier? Da hab ich nur ne M4 mit ganz viel Stunac und Stunac SD gefunden. Ja lol, hier liegt nur ne M16A4 ACOG. Also wenn er Stunac SD findet, nur an mich bitte. Hast du die CCO? SD ist hier... Ich hab noch eins in den GP packt. In den Pickup ist noch ein SD Magazin. Okay. Am Mädchen brauche ich mal Platz hier. Läuft da einer von euch mit dem LSBG rum? Ja. Lass mich... Lass mich vorbei. Genau. Im Heli, sagst du? Äh, wir sollten vielleicht die ganzen Kreppel in den Hubschrauber packen. Aus dem Auto. Aus dem Auto? Was ist denn noch im Heli hier? Das ist drin, ey. Krass. Was ist denn im Auto drin? Ist da was besonderes? Ah, wie ist denn die M16A4 ACOG? Ist die annehmbar? Verdammt scheiß wie hier. Ich pack mal ein bisschen... Ich pack mal ein bisschen Blut und so in Heli. Scheiße, der hat da echt alles hier. Eine DMR, ein Launcher, eine CCO... DMA kannst du mitnehmen, wir haben fünf DMA-Mill-Missionen. SD-Magazine hier. Ne, Standard SD ist nicht im Heli. Nein, im Jeep hinter dem großen Gebäude musst du gehen, da ist alles drin. Alles? Alles. Dann ist das ja krass, ey. Der hat ja die ganze Zeit alles leergeräumt, ey. Äh, du musst mir denken, dass das Hubschrauber erst neu ist. Der ist so neu. Alter! Hier ist ja alles drin! Der hat noch drei Raketen für den Raketenwerfer. DMA-Mill-Missionen ist auch wie gesagt... Tabris, sollen wir dich eben abholen? Der eine... Ja... Ja... Kannst du machen, ich bin im Norden. Wolle holst du? Ich nehm mal das Raw Meat mit. Bleiben wir hier? Ich hab soweit alles da, das einzige was mir noch fehlt ist ein Ghillie und vielleicht noch ein Coyote-Pack. Wer ist denn dieser Ivy hier? Genau, es ist Tabris. Hier ist noch ne M4A1 mit 5 Stunnerg. Ja, die hab ich da hingelegt. Die hab ich gegen die CCO ausgetauscht. Hey, jetzt haben wir viel zu viel. Der hat im Rucksack noch ne M24 liegen. Sniper. Ja, das ist... Das ist Tabris. Achso. Den hab ich schon leergeräumt, also soweit es ging. Und hier liegt auch nochmal ein Arsch voll. Wir sind reich, ey. Was ist das denn für ein Sammler gewesen, voll der Messi? Voll der Messi. Voll der Messi. Scheiße, ich hab nur noch 5 Schuss, kann das sein? Oh mein Gott. Ich puller die mal eben weg. Jetzt alle, okay. Was brauchst denn du für ne Muni? Im 240, aber hab ich noch. Passt noch. So, im Norden. Wo genau soll ich denn hinkommen? So, Baraka, warte mal. Ich hab hier gleich Besuch. Mal gucken, ob ich den krieg. Wenn nicht. So, haben wir beide mit dem Jeep fahren, Messi? Nö. Ich würd sagen, ihr bleibt da und passt auf, dass keiner den... Schnapp mir die DMA jetzt. Dann geh ich auf den Berg und pass auf, dass hier unten nichts passiert. Genau, dass keiner den Zeug klaut. Ja, 5 Muni-Wahn im Heli. Oder die M240, halt nehm ich. Ich nehm die DMA. Seine M4 ist auch noch da, Tabus. Ja, Tabus, seine Equip ist noch komplett hier. Ja. Ich hab dir zweimal Muni nen Rucksack getan. Sag mal... Oh, die CCO, liegt da auch noch drin? Boah, wir haben ja alle Waffen hier, wir haben alle... Wir haben alles hier, ey. Wahnsinn. Warte, ich schieb den nochmal Star-Nag da rein. Ja, danke. Da ist auch noch Star-Nag. Da ist auch noch Star-Nag. Ich hab dann irgendwo ne Sniper-Waffe, oder? Jaa. Deine Waffen sind alle nur da, die du hattest. Hier ist alles hier. Ne, die CCO hab ich. Ja, hier liegt aber noch ne CCO rum. Ja. Ja, aber kein SD. Ja, keine SD. Du kannst einfach aussuchen. Entweder du nimmst einen Raketen-Werfer. Oder eine mit Star-Nag Muni. Oder du nimmst... Deine M240. M240. Die haben ja alles. Hier liegt einfach alles mögliche. Ich bin doch schon fast da. Ich bin doch schon fast da. Komplettes Equipment-Map und drum und dran. Ich hab noch Airfield. Du musst Richtung Supermarkt runter. Ach, rechte Seite. Dein ganzes Equipment ist noch hier. Bis auf die CCO. Die hab ich. Hier ist noch ne AKM. Mit Muni. Morsion. Ich bin bei der Baracke. Noch weiter runter. Noch weiter runter? Ach, alles klar. Ich weiß wo der kleine Hikopterkreis ist. Ja, ich seh dich. Vorne kommt gleich ne grünfläche. Da bin ich. Direkt am Strand. Ich pack mal. Scrap-Matic. Langsamer. Rechts, äh, links neben mir. Ja, ja, ich bin schon am... Ramson. Da hinten ist, was ich crasht irgendwo. Ja, das ist auch noch ein Spiel da irgendwo. Ich muss zurück. Ich muss zurück. Naja, bin doch schon dabei. Keine Panik. Naja, ich sagte... Naja, ich bin nur anruf. Ja, ihr bremst das hier irgendwie. Ist ja immer Weihnachten. Ich hab jetzt auch viermal Fleisch dabei. Weiter nach rechts. So weit, so gut, meine Damen und Herren. Wir sehen uns bei unserem nächsten Let's Play. jun暑 inbare Fußballreise. Join. Und dann einfach Sam��� hammer dabei. Du bist der commodities. Denker kernen wie Administrativerfuß. Innen alimentôrinn heisst. Detta funcionar!